Folge 19 – Der Prozess – Teil 3 Englisches Zäubereiministerium – Gerichtssaal des Zaubergamots Statt aufmerksam Kingsleys Ausführungen zu lauschen, dachte Harry an Draco. Wie sollte er auch nicht an ihn denken, nachdem was passiert war? Wie war das noch gleich? Was hatte Draco über seine Ehe mit Pansy gesagt? Eine Affäre wäre in Ordnung? Und was dann? fragte die Stimme der Vernunft. Willst du wirklich belanglosen Sex mit Draco? Wie lange? Glaubst du im Ernst, das würde dich glücklich machen? Ja, oh ja, sagte sein Körper, der sich jedes Mal lautstark zu Wort meldet. Er sagte, wenn er in Dracos Nähe kam. Nein, auf keinen Fall! Einmal Vergnügen ist eine Sache, aber auf Dauer wird es dir wehtun. Irgendwann würdest du ihn dafür hassen, sagte sein Verstand. Genervt rollte er die Augen. Warum nur klang seine Stimme der Vernunft immer so verdächtig nach Hermine? Als im selben Moment Hermines Stimme erklang, zuckte er zusammen. Da stand sie, unten im Zeugenstand. Mit gerunzelter Stirn lauschte Harry ihren Worten. Sehr geehrte Mitglieder des Zaubergamott, wie Sie alle wissen, habe ich an einigen Verhören mit Mr. Fischer, Mr. Fawcett und Mr. Jenkins teilgenommen. Gestern war wieder so ein Tag, jedoch mit dem Unterschied, dass Mr. Fischer diesmal zugegeben hat, auf Anweisung von Mr. Fawcett gehandelt zu haben. Sofort begannen die Menschen im Saal zu tuscheln. Unfassbar! So langsam hatte ich den Eindruck, Potter wäre diesmal zu weit gegangen, hörte Harry ein paar Worte heraus. Ruhe! Bestimmt klopfte Kingsley mit dem Hammer auf das kleine Pult vor ihm. Lassen Sie die Ministerin weitersprechen! Hermine hatte sich durch das Gemurmel nicht verunsichern lassen, sondern ließ ihren Blick ruhig über die Menschen gleiten. Sie strahlte eine große Selbstsicherheit und Ruhe aus, welche sich auf die Anwesenden übertrug. Alle schwiegen und blickten zu ihr hinab. Wir haben in diesem Prozess viele Stimmen und Zeugen gehört. Darunter gab es auch welche, die Harry Potter in Misskredit bringen wollten. Nun, Sie alle kennen ihn. Auch ich kenne ihn. Ich weiß, wie viel er für uns alle tut. Jeden Tag. Sie schwieg kurz, ließ den Blick wieder von Gesicht zu Gesicht wandern. Ich vermute, keiner von uns glaubt ernsthaft, dass Mr. Potter eine Person ohne triftigen Grund verhaften würde. Doch genau dies hat Mr. Fawcett ihm unterstellt. Nun, wie schon gesagt, gestern hat Mr. Fischer die Schuld Fawcetts bestätigt. Ob er heute diese Aussage vor Gericht bezeugen wird, werden wir sehen. Doch ich hoffe, dass Sie alle meine Aussage ernst nehmen, auch wenn Harry Potter mein bester Freund ist. Er blinzelte ungläubig. Hermine hatte es geschafft. Es sollte ihn zwar nicht wundern, aber nach den ganzen Verhören hatte er die Hoffnung schon aufgegeben. Leider wieder rief Fischer seine Aussage vor dem Gamott wieder. Jedoch sagten auch Seamus und Matt aus, dass sie Zeugen bei dessen Geständnis gewesen waren. Nun war es Fawcett, der erneut befragt werden sollte. Zu Harrys Überraschung betrat nicht nur der Angeklagte, sondern auch Wladimir den Gerichtssaal. Mr. Kingsley, sehr geehrte Mitglieder des Zaubergammott, würden Sie mir gestatten, den Angeklagten zu befragen? Es sind neue Beweise aufgetaucht, die einer Klärung bedürfen. Der große Mann stand abwartend da, blickte hinauf und kingsle direkt in die Augen. Manchmal vergaß Harry, wie imposant Wladimir war. Auch hatte er seine Herkunft völlig vergessen. In Bulgarien war Wladimir Zdravko einer der bekanntesten Männer des Landes. Wie könnte es auch anders sein als Sohn des Zaubereiministers dort? Wenn er also wollte, hatte er vollendete Manieren, wusste sich auch entsprechend zu kleiden und seine warmherzige Art nahm die meisten Menschen für ihn ein. Vorhin hatte Harry es nicht bemerkt, aber der Hühner hatte sich sehr zurecht gemacht. Sein blondes Haar war perfekt frisiert und die blassblaue Robe sah ihm auf den Leib geschneidert aus. Auf Schmuck oder Tattoos hatte er ganz verzichtet. Unwillkürlich schmunzelte Harry. Die Mitglieder würden ihn lieben. »Mr. Zdravko, wie Sie als Mitarbeiter der Aurorenzentrale wissen, sind Befragungen während des Gerichtsprozesses nur durch Mitglieder des Zaubergamots gestattet«, sagte Kingsley mit mildem Vorwurf. Wladimir neigte den Kopf. In der Tat ist gewöhnlicherweise eine Befragung durch andere Personen nicht gestattet. Allerdings besagt ein Gerichtsurteil von 1895, dass ein Mitglied der Aurorenzentrale oder der Strafverfolgung eine Befragung durchführen darf, wenn es zum einen der Wahrheitsfindung dient und zum anderen der Großmeister gestattet. Überraschtob Harry die Augenbrauen. Sein Assistent hatte sich gut informiert. Er konnte nur hoffen, dass er bei der Befragung eine ebenso gute Figur machte. Aufmerksam sah er zu Kingsley hinüber, der mit der Ministerin flüsterte. Bald darauf hob Kingsley den Kopf. »Mr. Zdravko, ich gestatte die Befragung, solange ich einen Sinn darin erkennen kann.« Wieder deutete Wlad eine Verbeugung an. »Ich danke Ihnen, Großmeister.« Gleich darauf wandte er sich dem Angeklagten zu, der gefesselt auf seinem Stuhl saß und ihn mit Eiseskälte anblickte. »Mr. Fawcett, wie dem Zaubergamott geschildert wurde, hat Mr. Fischer zugegeben, in Ihrem Auftrag schwarzmagische Objekte gestohlen zu haben. Ganze 45 an der Zahl. Bleiben Sie immer noch bei Ihrer Behauptung, Sie wären ein unschuldiger Mann?« Fawcett richtete sich auf seinem Stuhl auf und starrte den großen Mann verächtlich an. »Ja, ich bin unschuldig. Harry Potter hat mich reingelegt und entlassen. Und jetzt will er mir noch mehr unterschieben, weil ich ihm im Weg war.« »Im Weg?« »Es hat ihn gestört, dass ich Malfoy wie einen gewöhnlichen Angestellten behandelt habe und ihm nicht alles durchgehen ließ.« »Aha«, entgegnete Wladimir trocken. »Meines Wissens nach waren Sie selbst ein Angestellter und Auror genau wie Mr. Malfoy. Nur Harry Potter, Seamus Finnegan und Dean Thomas waren Ihrer beider Vorgesetzten.« Ein Reuspern ließ den Bulgaren hochsehen. »Sie haben recht, ich weiche vom Thema ab. Entschuldigen Sie, Großmeister.« Er drehte sich wieder zu Forsett. »Fahren wir fort.« »Sie sagen also, dass Sie nie beteiligt an der Manipulation von Akten der Aurorenzentrale waren? Akten, die alle ihre Unterschrift tragen und die Sie nachweislich in Händen hatten?« Wladimir schwang den Zauberstab und eine große Anzahl von Akten schwebten in die Höhe. Sie schlugen sich alle auf einer Seite auf. Erneut machte sein Assistent einen Schlenker und auf jeder Akte leuchtete weithin sichtbar Forsetts Unterschrift auf. Zum Vergleich, das Anwesenheitspergament, in das sich jeder Auro täglich einträgt. Bei den Worten stieg eine Pergamentrolle auf, entrollte sich und Sekunden später leuchteten Unterschriften auf. Allesamt von Forsett. »Überzeugen Sie sich von der Echtheit«, forderte er die Mitglieder auf. Eine Hexe erhob sich und sprach einen Zauber. »Sie sind alle identisch«, bestätigte sie eine Minute später. Auch die Ministerin und der Großmeister prüften die Echtheit und nickten abschließend. Nun ließ Wladimir die Fingerabdrücke überprüfen und wandte seine Aufmerksamkeit danach wieder dem Angeklagten zu. »Wollen Sie immer noch leugnen, dass Sie diese Akten manipuliert haben, um an die schwarzmagischen Objekte zu gelangen?« »Ja«, stieß Forsett trotzig aus, doch er wirkte ein wenig blass. »Dachte ich es mir doch«, entgegnete Wlad. Zu Harrys Verwunderung klang er belustigt. »Kommen wir zu den nächsten Beweisen«, er machte eine kurze Pause. Mr. Draco Malfoy und ich erhielten von Harry Potter den Auftrag, diese Dokumente zu überprüfen. Ein Ordner wurde sichtbar und sein Assistent ließ auch diese Unterlagen hochsteigen. Lediglich ein Blatt behielt er bei sich. Dieser Ordner mit diesen Dokumenten fanden wir in Mr. Fischers Büro. Er enthielt Urkunden für Objekte der Stufe 2 und 3. Wie Sie sicher alle wissen, darf man schwarzmagische Objekte der Stufe 2 nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Zaubereiministeriums verkaufen. Genauer gesagt bedarf es der Unterschrift des Sachverständigen für schwarzmagische Objekte. »Stelle ich den Sachverhalt richtig dar, wenn ich sage, dass Sie, Mr. Fawcett, den Posten vor Mr. Malfoy innehatten?« Man konnte sehen, wie dem Angeklagten die Gesichtszüge entgleisten. Harry verbiss sich ein Grinsen. Er konnte den Sieg fast schon schmecken. »Ja«, kam es heiser aus Fawcetts Kehle. »Wie Sie auch wissen, ist es gänzlich verboten, Objekte der Stufe 3 zu verkaufen, da sie immer Menschenleben fordern. Diese Objekte dürfen lediglich zum Zwecke der Lagerung an einen anderen Ort gebracht werden, um sie dort wegzusperren. Auch dafür ist ein unterschriebenes Dokument notwendig. Und auch hier waren Sie in Ihrem alten Posten berechtigt, dies zu veranlassen. Habe ich die Fakten bisher richtig referiert?« Fragend blickte der große Mann den Angeklagten erneut an. »Ja«, presste dieser die Antwort durch die Zähne. »Hm, interessant«, murmelte Vlad. »Sehen Sie mal, was ich gefunden habe.« Er schwang den Zauberstab, murmelte etwas, stieß einkehligen Laut aus und machte eine peitschende Bewegung mit dem Stab. Als hätte Staub auf den Urkunden gelegen, erhoben sich langsam und dann zunehmend schneller dunkle Flöckchen und hinterließen Schriftzeichen auf dem weißen Papier. »Och, beeindruckend«, hörte Harry einen älteren Zauberer hinter sich flüstern. »Occultatio Camma Eleontis«, »schwer zu finden und sichtbar zu machen.« »Sehen Sie«, sagte Vladimir laut, »die neuen Schriftzeichen leuchteten auf. Mr. Fawcett hat auf jeder Urkunde mit unterschrieben. Nun frage ich Sie, wie kam Ihre Unterschrift auf das Papier?« Fawcett wurde kreidebleich, Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. »Weiß nicht«, murmelte er, »Fälschung!« »Sehr geehrtes Gericht«, hob Vladimir auffordernd seine Hand, »würde bitte einer von Ihnen die Echtheit überprüfen?« Die Hexe, die auch vorher die Unterschriften geprüft hatte, erhob sich. Nach ihrem Zauber nickte sie in die Runde. »Die Unterschriften sind alle echt, der Angeklagte hat sie unterschrieben.« Plötzlich lag ein Feuer in den Augen des Bulgaren. »Erklären Sie mir das, Mr. Fawcett. Wieso haben Sie all diese Papiere unterschrieben? Dokumente, die ohne Zweifel gefälscht worden sind. Und weshalb befindet sich auch Mr. Fischers Unterschrift auf jedem Dokument? Und behaupten Sie jetzt nicht, Sie hätten ihm den Auftrag gegeben, die Objekte der Stufe 3 umzulagern. Laut Gesetz muss die Aufforderung dazu schriftlich von der Ministerin persönlich, Mr. Potter oder Mr. Horace, erfolgen. Erst dann hätten Sie die Erlaubnis gehabt, jemanden dafür zu beauftragen. Doch es gibt keine entsprechenden Aufforderungen im Ministerium. Außerdem arbeiten wir auch nicht mit Mr. Fischer zusammen und hätten ihm daher nie den Auftrag zur Umlagerung erteilt. Während Fawcetts Schultern hinab sanken und er blicklos ins Leere starrte, erhob sich wieder ein Gemurmel. Die Mitglieder tuschelten. »Mr. Fawcett,« sagte Kingsley kühl, »wir warten auf Ihre Antwort.« Langsam hob der Angeklagte den Kopf. Sein Blick irrte ziellos umher. »Mr. Fawcett, reden Sie.« »Ja, na gut. Ja, ich bin's gewesen. Alles!« stieß der angekettete Mann hervor. »Zufrieden?« Sein Blick begegnete Harrys. »Ihr werdet bezahlen!« zischte er mit hasserfülltem Blick. Harry hob nur verächtlich die Augenbrauen und wandte sich ab. »Mr. Fawcett, unterlassen Sie solche Drohungen. Und jetzt zur Verständlichkeit. Was genau sind Sie gewesen?« Nach ein paar Sekunden Stille leierte dieser betont gelangweilt die Antwort herunter. »Ich habe Akten manipuliert und diese ganzen schwarzmagischen Objekte als Beweise ausgeschlossen.« Danach sagte ich Fischer, wo er wie einbrechen muss, um sie zu stehlen. »Für Objekte der Stufe 2 habe ich zusätzlich die Erlaubnis für den Verkauf unterzeichnet.« Weil Harry dieser arrogante Ton so auf die Nerven ging, sah er aufs Neue hinunter. Fawcett verdrehte die Augen, während er weitersprach. »Bei schwarzmagischen Objekten Stufe 3 fälschte ich ebenfalls Dokumente und verzauberte den Wachauror, damit Mr. Fischer die Sachen aus dem Lager abholen konnte. Reicht das oder muss ich noch genauer werden?« »Und hat Mr. Fischer die Wahrheit gesagt, dass Sie die ganze Idee hatten und alles organisiert haben?« Fawcetts Miene verdüsterte sich. »Nein, es war seine Idee und wir haben uns die Organisation geteilt.« Es wurde still im Saal. »Somit steht Aussage gegen Aussage. Wer stimmt für geteilte Schuld für Mr. Fawcett und Mr. Fischer?« Die Hände hoben sich zögerlich. Nicht alle waren davon überzeugt, doch spielte es im Endeffekt wohl kaum eine Rolle. Beide Männer würden den Rest ihres Lebens in Azkaban verbringen, weil sie es in Kauf genommen hatten, dass sieben Menschen durch Objekte der Stufe 3 ihr Leben verloren. Eigentlich würde morgen die Zusammenfassung aller Fakten und die Abstimmung zur Schuld sowie die Festlegung des Strafmaßes stattfinden. Doch durch Forsetts Geständnis wurde er sofort schuldig gesprochen. Auch Jenkins und Fischer würden bei einem Schuldspruch dieselbe Strafe erhalten, weil sie genau wie Fawcett um die Folgen ihrer Tat wussten und sie in Kauf genommen hatten. Allerdings würde Jenkins bei guter Führung die Chance auf eine frühere Entlassung haben. Müde, aber zufrieden, erhob sich Harry und verließ den Saal. Die Schuldsprechung der beiden anderen Männer war nur noch eine Formalität. Englisches Zaubereiministerium in einem abgelegenen Gang abseits der Gerichtssäle Wo war noch gleich die geheime Kammer für Beweisstücke der Kategorie 5C? Eigentlich hatte Harry nur schnell ein Beweisstück wegpacken wollen, bevor er nach Hause ging. Aber leider hatte er sich in der Unendlichkeit dieser Gänge verirrt. Beweisstücke dieser Art gab es so selten, dass er selbst diesen Raum erst zweimal aufgesucht hatte. »Harry, da bist du ja. Ich suche dich schon eine Weile«, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Erschrocken zuckte er zusammen, drehte sich jedoch gleich darauf erfreut um. »Draco, so ein Glück! Weißt du zufällig, wo die Kammer für Beweisstücke 5C ist? Ich war mir sicher, den Weg zu kennen, habe mich allerdings verirrt, fürchte ich.« Eine Augenbraue des Blonden hob sich, er grinste suffisant. »Der Leiter der Aurorenzentrale bittet mich um Hilfe?« Harry lachte nur. »Haha, das sieht so aus. Und kennst du den Weg?« »Klar, wir müssen da lang«, sagte Draco mit leisem Spott, während er neben Harry herging. Keiner von ihnen sprach ein unnötiges Wort. Irgendwie musste Harry ständig an ihre Verabredung denken, weshalb er keinen vernünftigen Satz zusammenbrachte. Ob es Draco wohl ebenso erging? »Hier ist es«, wurde er aus seinen Gedanken gerissen. »Richtig«, schlug sich Harry an die Stirn. »Wie konnte ich das nur vergessen?« »Hängt wohl mit den Beweisstücken zusammen. Es liegen Vergessenheitszauber auf ihn. Die große Menge davon lässt sich auch mit den Dämmzaubern schlecht auf den Raum begrenzen,« meinte Draco schulterzuckend. »Stimmt wohl«, murmelte Harry und gab den Sicherheitscode ein. »Willst du mit reinkommen?« »Wieso nicht?« Mit großen Augen folgte Draco ihm. »Ich war noch nie hier drin.« »Sehr interessant.« Harry lachte leise. »Du findest doch alles interessant, ob es nur ein Stein oder das seltenste Amulett der Welt ist.« »Ach, Potter«, schüttelte Draco den Kopf. »Beide Objekte sind auf ihre Weise faszinierend, aber auch ich sehe da einen Unterschied.« Immer noch schmunzelnd suchte Harry nach einer leeren Kiste in dem riesigen Regal vor ihnen. Die Kammer war weniger klein, als der Name vermuten ließ, und Harry war sich fast sicher, dass ein Ausdehnungszauber auf ihr lag. Es mussten sich hier unten hunderte von Beweisstücken in den Regalen befinden. Fast alle Wände waren damit bestückt. Nur in einer Ecke nahe der Tür befand sich ein Schreibtisch und einige Stühle. »Hm, nicht mal so ungemütlich hier«, sagte Draco und setzte sich. »Die Stühle sind gut gepolstert.« Inzwischen war Harry fündig geworden und stopfte das Beweisstück in eine leere Schachtel, die gleich darauf eine magische Beschriftung erhielt und selbstständig in die Höhe schwebte, um sich alphabetisch einzuordnen. Jetzt drehte er sich stirnrunzeln zu Draco um. »Welche Rolle spielt die Gemütlichkeit? Du willst hier doch nicht übernachten.« Als er Dracos Blick sah, machte er einen Schritt rückwärts. »Also«, stammelte er, »ääh, eigentlich ist die Verhandlung erst morgen zu Ende.« »Ach, ist das so?«, fragte Draco mit samtiger Stimme, was Harrys Knie weich werden ließ. Schnell hielt er sich am Regal fest. »Meiner Meinung nach ist heute alles Wichtige passiert.« Nun erhob der andere sich und machte einen Schritt auf Harry zu. Jäh begann sein Herzwill zu klopfen. »Ja, er hatte das gewollt und wie er es gewollt hatte. Und er wollte es immer noch. Aber er hatte überhaupt keine Ahnung von der Sache. Bisher war er über einschlägige Filme nicht hinausgekommen. Für genaue Studien hatte die Zeit gefehlt. So fühlte er sich kein bisschen vorbereitet. Während er wie erstarrt dastand, näherte sich Draco ihm. »Harry«, murmelte er mit überraschend einfühlsamer Stimme und stoppte dicht vor ihm. »Du hast Angst?« Unschlüssig sah Harry auf, direkt in diese grauen Augen, die ihn mit einem Hauch von Verwunderung musterten. »Ja«, gab er schließlich zu. Es war ihm peinlich. Vor allem vor Malfoy. Sie hatten über die Jahre immer versucht, dem anderen zu imponieren. Und gerade er wollte in Malfoys Augen keine Furcht zulassen. Aber das hier war Draco, sein Freund, der Mann, mit dem er schlafen wollte. Ehrlichkeit war hier wohl nötig. Er sah etwas über Dracos Gesicht huschen, zu schnell, um es zu erkennen. »Es gibt keinen Grund, Angst zu haben«, sagte er leise. »Und wenn du jetzt nicht willst, ist es okay.« Schon konnte Harry sehen, wie sich Dracos Gesicht verschloss. Er schien die Sache schon abzuschließen. »Ich will«, sagte er schnell und griff nach Dracos Arm. »Vielleicht können wir uns fürs Erste auf die einfacheren Sachen beschränken?« Die Hitze schoss ihm ins Gesicht. Er, als erwachsener Mann, sollte die Dinge wohl beim Namen nennen können. Doch er hatte einfach nicht genug Ahnung davon. »Einfachere Sachen, aha«, murmelte Draco mit belustigter Stimme. Als er allerdings Harrys Miene sah, wurde er ernst. »Natürlich können wir das, Harry.« Und bevor er wusste, wie ihm geschah, zog Draco sein Gesicht zu sich und küsste ihn weich. Es fühlte sich an, als hätte er damit einen Bann durchbrochen. Plötzlich waren Harrys Ängste verschwunden. Dieser eine Kuss hatte genügt, um all seine wirren Gedanken verschwinden zu lassen. Die Leidenschaft ergriff Besitz von ihm, und so zog er Draco näher an sich, vertiefte den Kuss. Verdammt schmeckte der Mann gut. Dieses herbe Aroma mit einem Spur von Süße machte ihn ganz verrückt. Er biss spielerisch in seine Unterlippe, lachte erfreut auf, als er Draco leise aufkürchen hörte und küsste ihn erneut. Erst eine Hand, die seinen Rücken hinabglitt, lenkte seine Aufmerksamkeit weg von Dracos Mund. Er stöhnte gepresst auf. Sein Herz pochte schneller, und sein immer stärkeres Verlangen ließ sich enger an den Mann in seinen Armen pressen. Dann kam die Hand auf seinem Hintern zu liegen und Glittträge über diesen hinweg. Nun war es um Harry geschehen. Sein Blut rauschte so laut in seinen Ohren, dass er Dracos Keuchten wie von Ferne hörte. Wie im Fieber griff er nach dessen Robe und zerrte an ihr, bis sie mit einem Reißen nachgab und Dracos Brust entblößte. Erst jetzt kam Harry wieder ein wenig zu sich. Er sah auf, direkt in Dracos Augen. Sie waren dunkel vor Leidenschaft und Lust. Willst du weitermachen? Fragte er dennoch. Seine Stimme klang belegt. Ja, unbedingt, murmelte Harry, während er seinen Blick über dessen nackte Brust gleiten ließ. Sicher? Flüsterte Draco und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Hm, seufzte Harry genüsslich, drehte sich und fing seinen Mund ein. Absolut. Gut. Und so ließ er sich bald darauf willenlos zum nahegelegenen Schreibtisch dirigieren. Fürs erste Mal sollte es nicht der Boden sein, murmelte Draco und verteilte dann federleichte Küsse seinen Oberkörper hinab. Als Harry allerdings klar wurde, in welche Richtung es ging, überfiel ihn die Furcht wieder. Was, wenn er einen Fehler machte und das Ganze in einem Desaster endete? Draco schien seine Besorgnis zu spüren. Vermutlich hatte sich Harry etwas verspannt. Er hob den Blick und sah ihn aus verdunkelten Augen an. Sein blondes Haar war offen und fiel ihm wild und zerzaust über die Schultern. Seine Brust war inzwischen gänzlich von der Robe befreit und zeugte von ihrem Liebesspiel. Eine Welle von Gefühlen und Lust überschwemmte Harry. Ihm schnürte sich die Kehle zu. Vergiss nicht, ich werde nichts tun, was du nicht willst, sagte Draco mit heiserer Stimme. Er hob sich und küsste ihn tief. Du selbst musst nichts tun, lass mich ruhig die Arbeit machen. Genieß es einfach, ja? Er strich Harry über die Wange und tauchte ihm erneut einen Kuss auf den Mund. Es sei denn, du willst nicht mehr? Wenn es so ist, sag es mir, wir können hier abbrechen. Abwartend sah er auf Harry herab. Sein langes Haar streifte dabei Harrys Brust, was diesem ein unterdrücktes Stöhnen entlockte. Mit heftig klopfendem Herzen zog Harry ihn zu sich herab und küsste ihn voller Verlangen. Nein, nein, ich will schon, ich will dich, aber... Ich habe das noch nie gemacht. Unsicher zuckte er mit der Schulter und noch mehr Hitze breitete sich in seinem Gesicht aus. Ein belustigtes Lachen ertönte. Was du nicht sagst, Potter, das weiß ich doch, mach dir keinen Kopf. Draco strich mit seinen Lippen über Harrys Unterkiefer und verschloss seinen Mund gleich darauf wieder mit einem Kuss. Harry, der gerade etwas beleidigt protestieren hatte wollen, keuchte leise und biss ihm dafür spielerisch in die Unterlippe. Dracos Stöhnen ließ ihn das gleich noch einmal ausprobieren. In Harrys Erinnerung dauerte ihr Liebesspiel Stunden, obwohl es vermutlich viel kürzer war, und doch ließ es sie gänzlich erschöpft zurück. Als sie wieder von einem kleinen Schläfchen erwachten, drehten sie sich auf dem harten Schreibtisch einander zu. Dracos Gesicht wirkte verschlossen, doch er hatte noch immer einen Arm um Harry geschlungen und strich ihm scheinbar selbst vergessen durchs Haar. Du sagtest vorhin, wir sollten uns fürs Erste auf die einfacheren Sachen konzentrieren. Er klang nun seine Stimme. Heißt das, du willst noch mal? Obwohl sie nackt nebeneinander lagen, stieg Harry wieder die Hitze in die Wangen, was ihn furchtbar ärgerte. Weshalb nur benahm er sich wie ein Teenager. Seufzend meinte er dann, eigentlich habe ich mir geschworen, dass es bei dem einen Mal bleibt. Hatte er geglaubt, vorhin wäre Dracos Gesicht verschlossen gewesen, musste er sich geirrt haben. Denn in diesem Augenblick konnte er dabei zusehen, wie er ausgesperrt wurde. Oh, okay, meinte Draco knapp und hatte es auf einmal eilig aufzustehen. Hey, nicht so schnell, brummte Harry und richtete sich stöhnend auf. Ich will eigentlich sehr gerne wieder mit dir schlafen. Es hatte schon etwas, einem nackten Mann dabei zuzusehen, wie er stocksteif stehen blieb und einem den Rücken zukehrte. Tatsächlich lenkte das Bild und vor allem sein Hintern Harry so sehr ab, dass er fast den Faden verloren hätte. Nur bin ich nicht der Mann für eine Affäre im Hintergrund. So etwas kann ich einfach nicht. Langsam drehte sich Draco zu ihm um, musterte ihn schweigend. Ja, natürlich. Ich stimme dir zu, meinte er nach einer Ewigkeit. Du hast etwas Besseres verdient. Mit einem Achselzucken erhob sich auch Harry. Etwas Besseres mag übertrieben sein. Ich bin nur nicht für Heimlichkeiten geschaffen und ehrlich gesagt auch nicht für belanglosen Sex. Was macht man denn danach? Wie geht man damit um? Draco hob eine Augenbraue. Man macht weiter, meinte er trocken. Innerlich seufzte Harry. Anscheinend begann Draco schon wieder damit, ihre alte Beziehung herzustellen. Doch so leicht würde er es ihm nicht machen. Deshalb ging er zu ihm hinüber, legte eine Hand auf seine Wange und gab ihm einen schnellen Kuss auf den Mund. Danke für mein erstes Mal, das vergesse ich nie. Unter seiner Hand spürte er Dracos Adams Apfel hüpfen. Dann wandte sich dieser zu seiner Überraschung ihm zu, küsste ihn fest und blickte mit einem Funkeln in den Augen in die Seinen. Gib mir Bescheid, wenn du das erste Mal auch die anderen Sachen ausprobieren willst. Ich stehe zur Verfügung. Sprach's, bückte sich, um seine Sachen aufzuheben und hatte sie dann ruckzuck angezogen. Bis morgen, hörte Harry ihn sagen, kurz bevor er die Kammer verließ. Benommen und ein wenig verwirrt starrte Harry ihm hinterher. London, Grimmauplatz 12 Irritiert hielt Harry im Türeingang an. Er hatte lediglich ein paar Sachen aus dem Haus holen wollen und atmete nun den Duft eines Parfums ein. Aufmerksam sah er sich um. Da, auf der Kommode im Flur, lag ein Schlüsselbund in der silbernen Schale. Also war jemand im Haus. Wer konnte das sein? Zwar könnte er Creature fragen, doch den Aufwand war es nicht wert. Eine vernünftige Unterhaltung mit dem fast schon Taubenelf war nicht möglich. Es wäre sinnvoller, wenn er sich selbst auf die Suche machte. Einen Stock höher im Flur wurde er fündig. Kaum hatte er ein paar Schritte gemacht, öffnete sich die Tür eines Gästezimmers und eine schmale Gestalt wurde sichtbar. Eine Sekunde später stürmte die Person auf ihn zu und umarmte ihn. Harry, wie schön dich zu sehen, wie geht's dir? Überrumpelt starrte Harry auf die Frau in seinen Arm. Ginny, was machst du hier? Ende Folge 19